Ja. Was war das denn? Ich wette eine Dienstleute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. Wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Oh nein! Nate! Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und entspannen. Huh. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Verdammt! Da kommen wir nicht durch. Oh nein. Ein bisschen länger. Mist. Na los! Verdammt! Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja. Gute Idee. Komm schon. Komm schon, komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich hab noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Na bitte. Au. Sorry. Äh, Moment. Hallo? Hier drüben. Ach, mein Kopf. Hier drüben. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Romantische Beleuchtung, was? Schon komisch, was du romantisch nennst. Allerdings. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Okay. Los geht's. Okay. Und jetzt du. Okay. Danke. Vorsicht, Kopf. Ja. Was zum Henker ist das? Das ist unheimlich. Die Hände, die mich bestahlen. Wow. An diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag klugscheißer. Übrig. Ist das etwa eine Mumie? Ist das etwa eine Mumie? Bist du okay? Ja, ich glaub schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Verdammt. Verdammt. Bist du okay? Ach, so weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Oh Mist. Mist. Bist du okay? Ja. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Hey Nate, hier ist eine Abkürzung. Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh, okay. 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 Verdammt. Diese Kammer hat Avery auch dekoriert. Mehr menschliche Mobiles. Oh Mist, noch mehr Mumien. Nicht explodieren, okay? Pass einfach auf. Achant. Ancient. Achant. Achant. das kann nicht gut für die lunge sein gut ich hätte ohrstöpsel mitbringen sollen schreie ich vorsicht ja und every mim den ägypter nur war diese mumifizierung nicht naja freiwillig gut wir haben die spur wieder die fußspuren führen da macht dich auf ärger gefasst soll das eine anspielung sein wir haben wohl nicht richtig aufgepasst hier ist keine spur von sam und die idioten alles zum einsturz bringen und 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 Das war's. 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 los. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was? Das war's. Das war's.